Die Demo ist jetzt kurz vom Franz Josefs Team. Es sind tausende von Menschen, es ist alles friedlich, keine Ausschreitungen, gar nichts, überhaupt nichts. Wir gehen relativ flott die Straße hinunter, hinter uns tausende Leute, es ist wirklich fein. Also man sollte sich öfter überlegen, demonstrieren zu gehen und so schönen Tagen wie heute. Jetzt schneit es auch ein bisschen, die Polizei hält sich total in den Hintergrund. Das ist ehrlicherweise schon lange kein Polizisten erwähnt. Also irgendwas haben sie da hinten probiert. Man hat mir berichtet von Leuten, die in der Innenstadt waren, dass da ein bisschen eskaliert ist. Aber ehrlicherweise selbst verschuldet, wenn das wirklich der Fall wäre. Wenn man sperrt, lebt tausende von Menschen einfach ein und plottiert sie, die dann einen Ausriff suchen, irgendwie rauszukommen. Also ehrlicherweise, so wie es jetzt läuft, ist es wunderbar. Und Whisky Jazz gibt es zur Impfungstag, kann ich nur sagen, zur Demonstration. Schaut es euch das an und macht das auch mal mit. Also, das war meine Demonstrationsberichterstattern für heute. Viel Spaß!